so sind wir wieder da ja diesmal haben wir gesagt gehen wir auf holzsuche ja wir brauchen ein bisschen holz wir sind doch ein bisschen arm dran wenn ich hier eigentlich alles abholze könnte ich ja auch das ganze gehäck hier draußen machen eigentlich da müsste ich da drüben nicht alles wie ein bekloppt da mit der schaufel in der gegend rum rennen aber tschuldigung hab da gerade einen frosch im hals oh was sprangt auch da hinten na regnet's du sau du wohl bekommt's der regen ja wo nicht dass du jetzt hier in meinem haus wehe du baust mir mein haus auseinander ich gib's dir ja dann guck mal nach wo ist er denn wo ist er denn na zeig dich ich sehe ihn nicht ich bin ein bisschen suspekt oh creeped beep na nein 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 weg wo hüpfst du in der gegend rum ich hör dich doch wer hat Angst zum schwarzen Mann da hinten war er naja machen wir weiter im text denn wir brauchen ja das holz so einmal Lampachecker wer das noch kennt von monty python hehehe einmal Lampachecker lalalala ich schwinge meine Axt so ist auch weg da hat's doch einen schönen Baum einen schönen Baumstumpf wollte ich sagen ne schöne Baum was ist das für ein deutsch wieder naja rap aufgewangen ok machen wir nicht so die Birke nehmen wir auf oder was das ist hier lalalala so gibt schön das helle Holz oh nö war der eigentlich aus Eisen oder war das jetzt aus Stein hab ich noch einen als Ersatz klar nicht ja dann gehen wir wieder runter Eis näher ähm hab ich noch im Inventar Eisen ne lalalala lalalala äh auch hier ich dachte grad jetzt hab ich doch hier mhm zack zweimal bitte ein, zwei ein, zwei ein, zwei bling und hierhin und äh dahin und hierhin machen wir das den ganzen Müll hier mal weg klingt das oh hey hallo was ist wo hier oh besuch ich komme da hallo guten Tag kann ich Sie begrüßen hahaha hä was wo ja wen darf ich bedienen ah ich mach meine Türe kaputt oh das ist ein bisschen kräftiger ja ne ach das ist ein Dorfbewohner der verzombisiert wurde aber Moment mal wenn das ein Dorfbewohner ist der als Zombie rumrennt müsste doch hier irgendwo ein verlassenes Dorf sein eigentlich oder sehe ich das falsch mach doch mal bei Tageslicht Skelett Skelett habe ich gesehen den lasse ich jetzt mal am Leben ähm ich komme hier nicht durch so zack da haben wir noch Dankeschön und weiter im Text nada papapapara zack so wir nehmen alles wir sind hier nicht simpelig ja da kommt auch noch weg dann sehen wir auch endlich mal wenn wir angegriffen werden von woher sie kommen zap oh oh eh oh ja au au komm her ja ja mighty pirate so lalalalalala ähm ja hier haben wir wir weg 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 gräben wir uns mal durchs Dickicht so kleiner baum aber recht strauchig haben wir noch waren wir noch ja auch wieder so ein kleiner klarer käse bitte für duften sie so sauber dann ist die ein des die eine seite dort mache ich ein gehege und dann auf dieser seite denke ich mal da passt schon mir noch mal hier noch mal wenn ich jetzt hier die hälfte nehmen da und die hälfte nehmen da und so und das ganze so oder so komm irgendwie lass mich in ruhe machen ja aber noch und ärgerlich sondern so und so und zack ja ich mache es umständlich weil ich bin mache ich so ständig so jetzt sieht es aber anders aus dafür haben wir doch noch so und so ihr könnt mich mal jetzt kann man gerne sagen wir haben nicht genug ja also fackeln brauche ich auch wieder habe ich doch das letzte mal das mitteilungsbedürfnis zack hat aufgehört zu regnen wie scheint ich hoffe mal auf schönes strahlendes wetter es wäre eigentlich sehr sehr toll wenn hier ein dörfchen wer denn die haben sicher wie wo ich dann anbauen kann ich mache jetzt die kuh nicht tot sonst kann ich nichts mehr nachher einsammeln so kein dorf ja 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 und die rin wir ein bisschen sonst wäre das hier nur eine salzige durch verschwendung kommt gibt mir das ei Ei ist immer gut gibt gibt tinte in den füller lülülü mäh mäh oh ich habe ein schaf gehört wo ist es denn da ich muss dich ja scheren jetzt habe ich natürlich kein eisen dabei nö sonst hätte ich jetzt eine schere basteln können ja 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 gut 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 was soll's wir erkunden erst aber ich glaube hier hinten warte ich schon einmal soviel ich mich erinnern kann sollte hier irgendwo eine fackel und da da guck an haha gefunden gut bin ich völlig falsch oh guck mal an hier eisen auf der erdoberfläche hier pinkelt jemand was mein gestes wasser in der luft ja sehr sinnig eine quelle in der luft gliffe klatsch glatsch fusi ich las ihn mal weil ich es gerade so toll finde da tut da weg ho ho eigentlich auch ... hotspiler ja ausleuchten machen wir zu einer ausgrabungsstätte hier nur finde ich das auch dann wieder wenn ich von da oben her komme irgendwie ach pfeift drauf ist ja nicht weit entfernt boah das ist ja mal eine ansammlung gemäß hier hinten oh da kommt der erste hallo verflixt mein schwert geht auch schon fast flöten bisschen essen hallo creep nein ich komme später noch mal der mein schwert hält es auch auch nicht mehr lange aus naja bleib mir vom leib ich sagte bleib mir vom leib nicht getroffen gut gehen wir erst ja will man hier flüchten ist mein arm dran ich glaub zurück gehts in die richtung ich glaub wir müssen ein paar schwerter basteln wenn ich immer so etwas auf lager habe na bin ich richtig stimmt die richtung naja irgendwie bekommen wir das halb bekannt vor ach entschuldigung war reflex ich glaub da sind wir drüben ja bisschen kreis ach komm weee jump run ok schwerter bauen schwerter bauen ach ich bin voll so weg 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 was haben wir denn alles hier alles müll ahja weg sand weg bogen weg bogen weg haben wir genügend auch weg so jetzt ähm ähm ja zwei schwerter gleich sooo blüpp da haben wir ein bisschen auf lager ja und gehen wieder frisch fröhlich mhm eigentlich wollte ich doch ich lass mich immer so schnell ablenken hier merke ich grad lalalalalala ich wollte doch ein kleines Gehege basteln sooo und schaufel das müssen wir jetzt noch ein bisschen abbauen ja da kann ich ein bisschen eben halten ja blab 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 so dann röp di röp drei blip blip nächster blip 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 naja eine Türe zu bauen wäre auch noch sehr interessant weil ich komm hier nicht rein naja naja kommt alles noch äh es wird schon wieder dunkel ne wir beeilen ja uuuu äh lass mich durch lass mich durch uuuu zack lalalalalala ach ich bin zu weit klack 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 zopp hab ich schon mal zwei kleine Gehege hier ja so Schweine Kühe hinten äh Schafe ja kann man machen in die andere Höhle wollte ich noch rein hm 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 da ein bisschen Unfug stiften mal schauen was wir dort alles finden weg 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 zack ähm weg hab ich noch Eisenhacke ja da hab ich noch einen Ersatz da hab ich noch das ja da flamm 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 da mal wieder dorthin davor es zu dunkel wird na super es wird schon zu dunkel schafft man das? der spitze zu kommen haaa ich bin schneller hey da lasst es beim dach sau ja so nicht runterfallen fliegt irgendwie an dieser map verdammt viele creeps der lebt immer noch was schreit denn hier so naja mit den creeps was machen ja das tschuldigung habe ich gerettet ich spreng ja 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 ihr mich noch mal richtig kräftig hier ich will ich dich will nicht ich will nicht keiner zu hause ja Ähm So Ja, 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 ja Geh weg Geh weg So, weg, 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 weg Wollen Sie was sagen? Wollen Sie was mitteilen? Oh Komm her Verflixt Also das mit dem Creeper muss ich Ehrlich gesagt noch ein bisschen üben hier Ist wirklich ärgerlich So, dafür ist hier keiner mehr Ach, jetzt hab ich gedacht, es sei irgendwas Was besonderes hier Ja Denkste Naja, werde ich ein bisschen entschädigt mit Eisen So Den halt Ah, quer Ähm, komm ich da ran, ja, da komm ich ran So Lalalalala So Muss ich da noch Könnte ich bitte Eine kleine Gehilfe haben Ups Ups Tep Cut Fledermäuschen Hallo Wo denn Wo denn Ach, da wieder alle Hand So So Weg 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 So Oh, nein, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich renne, kommt die mir noch nach, weee, au, oh, Creep, hab dich gesehen, im Augenwinkel, da vorne ist auch einer, jawohl, hab dich auch gesehen, nur kein Stress. Hallo, was, ne Kuh auf dem Baum, wo sind wir hier gelandet, die schützt sich auf dem Baum, ja, die macht sie richtig, nö, alles ok, kann ich noch rennen, rein in die Kuhstube, Uff, noch irgendwas Essbares bei mir, ah, ja. Jam, 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 so, ja, das war eine kleine Höhle, die sich nicht rendiert hat, die hat sich nicht gelohnt, na, gucken wir mal, was wir das nächste Mal finden, tschüss. Tschüss. Tschüss.